Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Solange wir nichts anderes wissen, und ich meine, wissen, nicht glauben, solange war das ein Wolf. Früher hat es mehr ein Wolf gegeben bei uns im Wald, aber passiert ist nur ganz zeitenlos. Was war von 16 Jahren? Fies! Aber die können doch keinen Mord vertuschen. Ich weiß nichts von einer Mord. Ich weiß bloß, dass der Wald vier Kinder erwischt hat. Das ist tragisch, aber das passiert. Ich hab überhaupt nicht gesagt, dass ich das glaub. Die zwei werden schon wissen, warum sie da so ein Geheimnis draus machen. Noch einmal kann ich das nicht hinbühren. Ich hab denkt, der Vater... Aus dem, er soll's bleiben lassen. Das ewige Heimliche mach ich nicht mehr lange mit. Das ist nicht einfach. Bist du mich heiraten oder mein Papa? Ich vergete die Steuerhalschule. Alle zwei. Einen Stein und einen Hattel, die willst du nicht als Feind haben. Glaubst du, das ist meine Schuld? Meine Schuld war das auf keinen Fall. Das darfst du nie glauben. Das Ziel ist, dass man Wolf im Idealfall auf die Lichtung rausträumt und einen zauberen Abschuss machen. Also. Ein Kapitalverbrechen müsst ihr als Gemeinde an Regierungssitz meiden. Du weißt aber schon, was zur Zeit in Minger los ist. Wenn man's falsch tut wird. Aber aus den richtigen Gründen wird's dann richtig. Also. Untertitelung des ZDF, 2020